Der Hand heißt es jedoch, dass auch hier die BVB-Spieler involviert waren, da die lasche Art ihres Kollegen in puncto Pünktlichkeit, Einstellung und Defensivarbeit auf dem Platz zu wünschen übrig lässt. Auch der verbotene Videodreh mit dem YouTube-Star Sean Gagné auf dem Trainingsgelände, das für Fremde eigentlich tabu ist, soll nicht gut angekommen sein. Dass Aubameyang höchstpersönlich kundtat, kein Verständnis für die Disziplinarmaßnahme zu haben, hat vermutlich nicht zur Entspannung beigetragen. Mehr zum Thema Die Haltung des 28-Jährigen ist in jedem Falle nicht das, was sie sich in Dortmund von einem Führungsspieler versprechen und einfordern. Wie unprofessionell das Verhalten von Aubameyang auf und abseits des Platzes derzeit ist, wird auch Hans-Joachim Watzke zur Kenntnis genommen haben. Im Spiel nach der verbüßten Strafe in der Champions League gegen Tottenham Hotspur hat das schließlich deutlich zu Tage. Aubameyang schlich mit hängenden Schultern über dem Platz, zog ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und zeigte auch nach seinem Treffer immerhin der erste nach 506 torlosen Minuten kaum eine Regung. Er selbst spricht seit Wochen so gut wie gar nicht mit den Medien dem Vernehmen nach, schaut er sich allerdings intensiv nach einem neuen Arbeitgeber um. In der Zone heißt es der FC Liverpool und der FC Chelsea sein Optionen, auch der Mirra vermeldet Interesse aus der Premier League. Angesprochen auf einen möglichen Abgang sagte Bruder Willi Aubameyang zuletzt darüber reden wir nicht. Nun auch das kann vieles heißen. Quelle in tv.de Themen Du bist für sie boxen. Du bist für sie best